Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, wir müssen hier noch ein bisschen weiter looten. So. Und ja, das hat geklappt. Ich wollte es mal ein bisschen anders ausprobieren. Mit dem Draufspringen. Und wir sind da unten ja noch nicht fertig. Deswegen gehen wir hier nochmal hin. So. Und hier hoch. Da waren ja noch ein paar Räumchen. Wie den hier. Obwohl, den haben wir noch nicht zu Ende gelootet. Das brauchten wir. Okay, wo sind wir hier? Hier hören wir schon ein paar Geister. Du bist kein Geist. So, komm. D. Drauf. Gold nehmen wir mit. Mitriel. Leather, Leather. Guaven. Nein, nicht das Leather. Weg damit. Chain. Wo? Da ist eine Tür. Aha. Gold nehmen wir mit. Dwarven. Steel. Chain. Als nächstes werden wir wahrscheinlich die Chains auch noch zurücklassen müssen. Silver, Silver, Leather, Iron, Leather, 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 Leather. Den nehmen wir mal mit. Weil wir den vielleicht gleich noch gebrauchen können. So, wo sind wir hier? Der hat nichts. Der hat nichts. Wir lassen die Chains auch noch gebrauchen. Wir lassen die Chains gleich zurück. Steel. Steel, Leather, Iron, Chain. Weil das glaube ich schon doch zu viel geht, was wir jetzt hier aufsammeln. Ich dachte schon, hier ist noch eine Tür. Gold, Dwarven, Steel, Silver. Aber, ja, wir lassen, wir lassen Chain zurück. So, Chain. Dann lassen wir, ja, Steel, Steel, Steel. So, dann nehmen wir halt das nur noch mit. Ach, es ging nur im Kreis hier. Wofür führt denn das jetzt hin? So. So, Gold nehmen wir mit. Leather, Elben. Leather, 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 Leather. Steel. Was hat das hier? Gold. Hier ist sonst nichts. So, der hat auch nichts. Ich höre hier auch schon wieder Wasser. Ach, und jetzt sind wir hier. Okay. Dann heißt das für uns jetzt wieder erst einmal. Zurück. Ach, hier, da ist die Tür. Und das machen wir alles jetzt, um Woodburn zu finden. Ja, okay, hat nicht geklappt. So, dann einmal alles removeen, was wir jetzt hier. Chain. So, Chain, Chain. Alles, was mit Chain zu tun hat, weg. So, hier nochmal Chain. Nochmal Chain. Also, okay, dann können wir das wieder rein. So, Steel Elben. So, jetzt können wir hier wieder nichts mehr tragen. So viel, so viel Kette, wirklich. So, wir können wieder nichts tragen. Chain, 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 Chain. Okay, nein, hier ist Silber. So, dann haben wir hier nochmal Chain. Okay, das klappt jetzt nicht mehr. Meist mal hier, dort alles mal rein. Chain, wir haben jetzt hier nicht aus Versehen noch irgendwas von dem, was wir brauchen, reingeschmissen, oder? Nein. Dann nehmen wir hier einmal die Kette, alles raus. So, nochmal Chain. So, hier. Helm und Schilde geht schwer sein. Die magischen Dinger werden wir behalten. Das sind Elfenkatana sogar. Der wird richtig viel wert sein. So, das war's dann. Können wir das alles auch noch wegschmeißen. So, Climbing. Ja, wir werden das nicht anders machen, außer hier so zu klettern, weil... Das macht irgendwie... Das macht irgendwie... Gar keinen Sinn. Vielleicht müssten wir einmal den hier machen. Gesundheit und so weiter ist ja wieder ein bisschen leer gewesen. Und hier nochmal weiter hoch, weil da fehlt uns noch ein bisschen was. Den Bereich haben wir. Den Bereich haben wir, fehlt nur noch der hier. So. Gold, Steel... Steel... Äh, Steel... Genau. Das lassen wir. So, und dann wieder hoch. Ich stelle mir jetzt wirklich die Frage... Wo ist denn der Dude, den wir suchen? Elven nehmen wir mit. Ah, da manchen Boots. Was haben wir hier? Ebony. Ich finde aber von der Farbe her, die sind schön dunkler. Viel, viel dunkler. Da geht's auch nochmal wieder nach oben. Und... Da kommen wir in den Bereich, wo wir schon waren. Okay. Okay, hier ist nichts. Dann gehen wir nochmal darüber. Bestimmt ist hier auch nichts. Hier ist eine geheime Tür, oder? So, rein zoomen, rein zoomen. Nö. Nichts, nichts geheimt. Wieder ein Bereich, wo wir noch nicht waren. Wo, hier ist nur diese Tür. Und das war's. Okay, ist ein bisschen enttäuschend. Barbarian und Ralph just died. Irgendwo haben die sich abgeschlachtet, in der Nähe. Ah, ne, da ging's nicht weiter. Hier lang. Hier ging's weiter. Okay, die hat ein bisschen mehr ausgehalten. Silver. Steel. Äh, Iron. So, sonst nur... ...Sachen, die wir nicht brauchen. So, komm. Alter, komm schon. Geh auf! Yo. Okay, fall runter. Warum ist hier der Banner so? Mit dem Spuhl? So, wer von den beiden stirbt jetzt zuerst? So, der... Äh, ne. Wie viel ist das wert? 2.500 nehmen wir mit. Steel. Das war's. So, und wo sind wir jetzt hier? Ein Bereich, wo wir noch nicht waren. So, komm. Alter, mit Riel sieht ja so geil aus. So, was haben wir hier? Das nehmen wir mit. So, Steel. Und wir können wieder nichts tragen, natürlich. Haben wir irgendwas, was wir wegschmeißen können? Hm, nope. Das heißt, den ganzen Weg wieder zurück. Aber egal. Juckt mich jetzt nicht mehr. Dann suchen wir hier lieber alles weiter ab. So, warte mal. Ah, das hätte dahin wieder geführt. Und da war es auch noch irgendwie ein Weg, das runterführt. Ah, und wir sind wieder hier. Okay. Gut, dann nochmal ganz zurück. Alles abliefern, was wir haben. Alles in den Einkaufswagen. Die Richtung. Also, dann hätten wir diesen Bereich eigentlich abgeschlossen. Glaube ich zumindest. So, und runter. So, und dann hoffe ich, finden wir gleich Woodburn. Ja, das packen wir da rein. Und die Dinger alle. Wir haben wieder 22.000 auf Tasche. So, aber nee, der Bereich hier ist abgeschlossen. Ah, nee, das ist da, wo... Nein, das wollte ich nicht. Also, der wollte ich irgendwie noch machen müssen. Der Bereich hier ist abgeschlossen. Bis auf diese eine Tür, die wir vergessen haben. Ja, gut, da gehen wir dann noch einmal kurz hin. Suchen diese Tür. Äh, war das hier? Ach, hier sind wir. Hier ist es. Wo kommt die denn her? Die hat die Tür aufgemacht da hinten. So, wir nehmen jetzt nur noch das Gold mit von denen. Ah, okay. Äh, vielleicht machen wir einmal den. So, machen wir hier nochmal ein Save-Game. Für den... Und das Ebony-Ding nehmen wir mit. Und das hier. Viel werden wir jetzt auch nicht mitnehmen. Jetzt nur noch die ganz, ganz wertvollen Dinger. Komm runter! Was soll denn das? Ah, hinter mir ist auch noch einer. Steel, leather... Nee. Helden. Das können wir ihr geben. Digga! Komm runter! Müssen wir hier gegen einen Kletteraffen hier kämpfen, oder was? So. Endlich. Gut, dann gehen wir wieder die andere Richtung. Von hier. Wo nix gibt's. Okay, aber wenigstens haben wir das auch schon mal gemacht. Jetzt hier. Da unten waren wir jetzt gerade. Genau. Hier. 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 Da hinten, was fehlt. Dann schauen wir mal. Was fehlt uns hier noch. Ja, ganz oben waren wir auch schon hier. Obwohl. Ja, doch. Ganz oben waren wir. Jetzt ist nur noch... Äh, genau. Hier. Da hinten, was fehlt. Da waren wir. So. Der hat nichts. Hier gab's nichts. Sonst wäre nur noch hier nach unten und nach oben. Der hier war nach oben. Dann gehen wir zuerst nach unten. Und zwar diesen Weg. So, was hat die? Nein. Nehmen wir nix mit. Jo, wo sind wir jetzt schon wieder? So, das Gold nehmen wir mit. Das Gold nehmen wir mit. Warum sind Bücher hier so wertvoll? Lassen wir mal. Oh, hi. Und wo kommst du denn her? Alter, Mann, Alter. Hier wird stinkreich. So. So. Ah, von unten kommt, äh, von oben kommt das Ding. Gehen wir aber erst mal hoch. Hier ist niemand. Aber hier ist eine geheime Tür. Autsch. Okay. Gold, Mithril. Den Rest lassen wir hier. Okay. Wo sind wir hier jetzt genau gelandet? Ein Rogue haben wir jetzt. Noch ein Rogue. Ja, da brauchen wir nichts. Und hier sonst auch nichts. Wie sieht's hier aus? Nope. Wahrscheinlich unten. Durch die Luke. Wo waren die Luke jetzt? Da. Geradeaus. Okay. Gold nehmen wir mit. Das war's. Mehr ist hier nicht. So, dann den hier nochmal. Hier kommt jetzt kein Gegner auf uns zu. Wo? Genau. Genau, hier runter. Hier runter. Und der Weg fehlt uns noch. Autsch. So, die hat nichts. Und hier geht auch nicht mehr weiter. So, wo geht's denn jetzt hier zurück? Äh. Ich glaub schon. Hier. Autsch. Was ist denn das? Spriggan? Okay, also... Ein Zweigling wahrscheinlich. Unser erster Zweigling. Und hier geht's auch nochmal weiter runter. Jo. So, sonst hat er auch nichts. So, dann gehen wir hier jetzt runter. Autsch. So, dann muss es hier sein. So, dat nehmen wir mit. Dat nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Was hat der? Das. Und dat nehmen wir mit. Das heißt dann für uns wieder den kompletten Weg zurück. Ach, hier hatten wir schon. Genau, da war ja der Spriggan. Der Zweigling. Und Achso, hier kam er ja nicht weiter. Wahrscheinlich müssen wir dahinten da durch. Dahinten ist ja auch noch eine Tür. Hier. Noch so ein Bereich. So, sein Gold nehmen wir mit. Was hat er noch? Hier hat er nichts. So. Komm. Einfach drauf gehen, ja? Alter, gleich drei von denen. Okay, erstmal gegen drei. Elven. So. Brauchen wir nichts? Was denn das? Brauchen wir das. Stamina können wir direkt mal äh, usen. Äh, so. Was hat der? Ah, da Mantium natürlich, äh. So, und das. Sind treu gestorben. Ach, da unten. Hier ist ja Wasser. So, mal gucken. Hier haben wir noch eine geheimtür. Okay, machen wir den. Und dann gehen wir da runter. Und machen, beziehungsweise erstmal noch ein Save Game. Da haben wir einen Schlachterfisch. Der nix hat. Jo, der hat denn den treu gekillt. Ja, da brauchen wir nicht. Äh, wir sind wieder schwer. So. Okay, dann nochmal komplett wieder zurück. Keine Ahnung, was das ist, was wir jetzt gerade gehört haben. Ähm. Warte mal. Ach, da. Da war der Weg raus. So, dann sind wir hier jetzt wieder raus. Gehen wir den anderen Weg. Ach, hier waren wir schon. Irgendwann mal. Oder wie. Ah, wir sind hier. Okay. Und das heißt, wir können den kompletten Weg gerne wieder zurücklaufen. Ach, da ist noch ein Schlachterfisch. Aber der ist mir jetzt egal, wenn er da so weit oben ist. Hier ist nichts und niemand. Hier ist eine Geheimtür. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Ah, jetzt sind wir hier. War hier nicht eine Tür? Da ist eine Tür. Wir werden nicht mehr alle looten. So, dann war hier eine Treppe. Ah, und jetzt sind wir hier. Gut. Wir gehen jetzt aber nochmal kurz zurück. Den ganz langen Weg hier. Um unser Inventar breit zu machen. Äh, hier. Ja. Finde ich echt super. So, und dann können wir mal das alles removen. Was möglich ist. Gold. Machen wir. Elf. Sechs. Vier. Neun. Your wagon could only hold eight gold. Okay. Dann haben wir halt nur acht Gold drin. Und dann würde ich sagen. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's. Euer Max Deus. Und ciao. Ciao. 인이 mal. WUNTS-님이 mal. MuhLa? cil? Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020